Die Universität Rostock. Seit 1419 prägt sie das Zentrum der Hansestadt. Sie durchlebte viele Epochen, Staaten und Bewegungen, war Zeuge großer Errungenschaften und Tiefpunkte, wurde geformt durch das Denken und Wirken von Generationen. Über 200.000 Menschen haben hier geforscht, gelehrt, gelernt und dabei sechs Jahrhunderte Universitätsgeschichte geschrieben. Wir wollen die jüngere Geschichte greifbar machen und haben Zeitzeugen eingeladen, die Universität Rostock ihrer Zeit zu schildern. Edith Buchholz wird am 16. Oktober 1935 in Magdeburg geboren. Nach dem Abitur plant sie ein Studium in Leipzig, wird aber nach Greifswald umgelenkt, wo sie 1959 ihr Diplom ablegt. Ihre berufliche Laufbahn beginnt Edith Buchholz bei Radio Berlin International und liest englische Rezensionen zu Kulturveranstaltungen. 1961 wird sie Lektorin und wissenschaftliche Oberassistentin an der Universität Rostock. Zusätzlich absolviert sie ein Fernstudium für Elektrotechnik in Mittweida. Mitte der 1980er Jahre wird Edith Buchholz zur Hochschuldozentin am Institut für Fremdsprachen in Rostock und später zur Professorin für Angewandte Sprachwissenschaft ernannt. Sie wird langjähriges Mitglied in Vereinigungen wie Eurocall oder der Gesellschaft für Angewandte Linguistik. Nach der Abwicklung der Sektion Sprachwissenschaft geht sie 1993 in Frührente. Sie ist Gründerin des Vereins Eurospeak und eines Unternehmens für Sprachlernsoftware. Guten Tag, liebe Frau Buchholz. Wir begrüßen Sie hier zu diesem Zeitzeugen-Interview. Sie wissen, wir haben drei Fragen an Sie. Wie kamen Sie an die Universität Rostock? Die zweite Frage ist, welches waren Ihre Aktivitäten? Und das dritte, welche Wünsche haben Sie zum 600-jährigen Jubiläum? Beginnen wir mit der ersten Frage. Sie sind für mich ein Musterbeispiel für eine erfolgreiche Frau im System des Sozialismus der DDR. Wir wissen, Sie kommen aus beengten sozialen Verhältnissen und haben durch eigene Leistung den Aufstieg geschafft zur höchsten Stufe in der akademischen Welt, zur Professorin. Wie kommen Sie an die Universität Rostock? Ja, persönlich, aufgrund von Beziehungen zu einem Absolventen der Universität Rostock, der hier einen guten Job hatte, aber beruflich, weil die Universität zu dem Zeitpunkt, das war 1961, dringend Englischlehrerlektoren suchte. Es war nämlich eine Erweiterung in den Pflichtfächern der Studenten eingenommen worden oder eingeführt worden. Neben Russisch, das alle Studenten zu absolvieren hatten im Studium, kam eine zweite Sprache hinzu. Und das war in den meisten Fällen Englisch, manchmal auch Französisch oder Spanisch. Aber ich würde sagen, über 90 Prozent Englisch. Und in Rostock waren noch viele Stellen frei. Sie hatten noch nicht genug Englischlektoren. Ich hatte in Greifswald mein Studium absolviert, in der Anglistik und Germanistik, als Dippel-Kill. Und ja, wurde sofort eingestellt. An welchem Institut? Auch an einem Institut für Fremdsprachen, hieß es damals noch. Institut für Fremdsprachen. Das ist schon eine große Reihe von Mitarbeitern, besonders für slavische Sprachen. Und da hauptsächlich Russisch hatte ich, jetzt kam Französisch hinzu, Deutsch als Fremdsprache, denn wir hatten ja auch ausländische Studenten. Ja, und dann eben Englisch. Und eingesetzt wurde ich von unserem Institutsdirektor in der Technischen Fakultät. Ich sollte Englisch in Informatik, Elektronik, Elektrotechnik, in angewandter Mechanik, in Schiffbau, in Schiffmaschinenbau unterrichten. Alle die Fächer hatte ich noch nie etwas drüber gelesen. Keine, nicht die blasseste Ahnung. Und ich sollte das in Englisch unterrichten. Bücher gab es. Jedes Institut hatte englische Zeitschriften original. Das war nicht das Problem in der DDR. Wir konnten uns aus Zeitschriften, aus Büchern, aus Grundbüchern berichten, über was ist Physik, was zusammenbauen. Aber das war ja alles ein Hilfswerk. Also bewahrte ich mich für ein Fernstudium in Elektronik und Informatik. Fünf Jahre dauerte es. Nach fünf Jahren hatte ich den INC erworben und die Scheu vor der Technik doch ganz schön abgelegt. Nicht, dass ich alles wusste. In den meisten Fächern war ich noch immer ziemlich ahnungslos. Aber ich wusste, man kann es packen. Das war die erste Qualifikation. Ja, hier an dieser Universität. Dann wurde ich gleich nach Zagreb geschickt. Und man hatte inzwischen Hilfsgeräte für das Erlernen von Fremdsprachen gebaut. Sogenannte Sprachlabore. Ja. In denen die Studenten etwas lernen konnten, was wir ihnen nicht so gut beibringen konnten. Nämlich das richtige Aussprechen dieser fremden Wörter. Wir wussten manchmal selber nicht, wie die ausgesprochen werden. Obwohl ich eigentlich eine gute Ausbildung in Greifswald genossen habe. Also Sprachlabore, ja. Das Material gab es auf keinem Markt zu kaufen. Die Sprachlabore schon. Wurde ich nach Zagreb geschickt, wie gesagt. Und um dort zu erlernen, die hatten die Labore. Was stecken die da rein? Wie arbeiten die damit? Was sprechen die auf ihre Tonbänder auf, damit die Studenten anders lernen? Gut, kam ich zurück, musste ich unsere Mitarbeiter. Und dann sind wir ja schon bei Ihren Aktivitäten an der Universität. Das heißt also, Sie haben nicht nur die Stelle angetreten, sondern Sie haben die methodische Innovation betrieben. Das heißt methodisch, Einbeziehung jetzt der Technik, das heißt der Tonbandaufnahme und Wiedergabe, also der Sprachlabore. Wie kamen die Sprachlabore denn an die Universität? Gab es die plötzlich oder wurden sie beschafft? Ja, sie wurden im RGW, ich weiß nicht wo, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Ich nehme an, in Jugoslawien gebaut. Und da wir sieben Stück hatten, werden die auch nicht sehr teuer gewesen sein. Oder RGW war ja auch Austauschwirt. Ja, natürlich. Wo waren diese Sprachlabore, wenn wir schon bei Ihren Aktivitäten sind, wo waren sie platziert? Wo standen die Sprachlabore? In ehemaligen Hörsälen, die umgebaut wurden. Im Hauptgebäude, in der Medizin, in der Technik, in der Agrarwissenschaft, in der SBW-Betriebswirtschaft heute. Naja, aber immerhin. Alle, dann kriege ich nicht mehr. Und Sie haben jetzt Englisch unterrichtet in all diesen Sprachlaboren? Ja, Russisch alles. Jeder Dozent bei uns, oder Lektor war ja nicht Dozent vom Titel her, sondern Lektor hieß er, konnte, musste auch solche Übungen für die Labore bauen, Tonbandübungen. Das bestand im Wesentlichen im Wiederholen der auszusprechenden Wörter, sodass man die Fachsprache auch richtig bedienen konnte. Und deswegen waren die Sprachlabore auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern so begehrt, weil sie mussten im Ausland Vorträge halten und wollten das korrekt machen. Fragen wir noch einmal weiter. Es war ja im Zuge der dritten Hochschulreform verlangt, dass auch Betriebe der Region mit der Universität kooperieren sollten. Haben Sie außerhalb der Universität auch Partner gehabt, also in den Betrieben, die ihre Dienstleistungen beanspruchten? Oh, sehr viele. Wir haben der Uni, glaube ich, ganz gut Geld eingebracht, besonders die Englisten. Gästen, Fischkombinat, Hafen, verschiedene Institutionen im Hafen, Werft, auf die schnelle Fahne, aber mehr. Daraus ergaben sich dann weitere Forschungen. Wir nutzten den Computer für verschiedenes. Wir arbeiteten auch, da ich in der Technischen Fakultät war, mit der Informatik zusammen, die an Linguistik interessiert waren, um ein Recherchesystem zu bauen, das über Computer den Nutzer ein Buch suchen ließ in der riesigen Universitätsbibliothek. Standnummer, Standort und so weiter, Titel. Und das haben wir so ein bisschen zusammen angefangen. Daraus ergab sich, dass wir, als wir dann ein Lehrbuch schreiben mussten, und wir uns entschieden, unseren größten Partner, den Hafen, als Adressaten oder als Nutzer des Lehrbuches zu sehen, haben wir ein Buch geplant, Englisch für die Seewirtschaft. Seewirtschaft umfasst, glaube ich, sieben verschiedene Fächer, vom Schiffbau bis zur Schiffnutzung, vom Fischfang und, ach, weiß ich, jetzt, dort haben wir ermittelt, welche Fächer alle Englisch unbedingt im Hafen brauchen, welche Teile. Für die haben wir Vokabular, Texte aus original englischen Zeitschriften gesammelt, diese Texte in unseren großen ersten Computer gegeben. Die Informatiker haben uns natürlich sehr geholfen, das war ein Geben und Nehmen. Und dann, ja, hatten wir einen Riesenkorpus von 4000 Wörtern aus der Seewirtschaft. Das war ja ein Stück Forschung, also linguistische Forschung, wenn Sie also zusammenstellen eine Fachsprache, einen Korpus, und sagen wir, der methodische Fortschritt war ja dann die Eingabe den Computer. Wie haben Sie das denn in den Computer eingegeben? Heute ist es ja sehr einfach, wir haben, aha, Sie haben... Mit Lochzange in Lochstreifen. Noch auf Lochstreifen. Nach einem vorgegebenen Modus, Zeichenfolge für jeden Buchstaben was anderes. Ja, sicher. Wir hatten rechtsarmige Muskeln. Gut, das war ja noch, sagen wir, ganz am Anfang der Datenverarbeitung. Was war denn der Vorteil? Der Vorteil war, dass wir wirklich wussten, welche Vokabeln oder welche Lexik, wissenschaftlich gesagt, nichts zu suchen hat in einem Buch oder im Unterricht, zum Beispiel Hi oder His oder Hu und so weiter, kommt überhaupt nicht vor. Ja. Ja, und... Wo war jetzt der spezifische Vorteil dieses, sagen wir, elektronisch erfassten Sprachkorpus? Was haben Sie damit anfangen können gegenüber der früheren Art, als man ja nun Karteikarten schrieb? Wir haben zwei Sorten von Arbeiten daraus gewonnen. Einmal ein Lehrbuch Englisch für die Seewirtschaft, das auch noch mit Tonbändern und mit Dias angereichert wurde. Zweitens haben wir sehr viele Vorträge, wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe meine Dissertation geschrieben mit den Ergebnissen, die waren echt auch für uns sehr interessant. Man hätte nie gedacht, dass ein Korpus so anders ist, unterschiedlich von Alltags, von Hamlet, von Shakespeare, von der Literatur. Aber das war schon interessant. Ja, das war dann mein nächster Titel, Dr. Phil. Ja, da waren wir bei der Qualifikation, also die Zusammenstellung dieses Korpus war ja Forschung und ein Forschungsergebnis war also Ihre Dissertation, der Titel des Dr. Phil. Sie haben jetzt also die Qualifikation des Ingenieurs, dann haben Sie die Qualifikation des Dr. Phil. Wie geht es jetzt weiter? Die nächste Stufe war ja dann das, was wir die Habilitation heute nennen oder damals eben die Dissertation B. Ja, zwischendurch waren viele andere Vorträge, Sachen im Ausland, Aufträge. Aber es blieb immer unser Hauptpartner der Hafen und der Hafen wollte, zahlte natürlich nur, insofern war er wirklich ein Wirtschaftsbetrieb, gegen Leistung. Ja, sicher. Wir wollten also Englisch unterrichten, was sie brauchten. Ja, aus unserer Sicht braucht der Hafen. Also haben wir zwei Forschungsteams gebildet, die einmal in Englisch und dann im anderen Fall in Russisch Fragebögen erarbeiteten, die wir im Hafen an alle Betriebe und dort an alle Mitarbeiter schickten und die, die auch eifrig ausfüllten und zurückschickten, sodass wir dort auch ein nutzbares, ein verifizierbares Korpus hatten, was braucht welcher Mitarbeiter im Hafen an Englisch oder an Russisch. Ja. Und die Konsequenz? Ja, unter anderem dann eben in den Kursen, primär gedacht, aber sehr viele wissenschaftlich arbeiten auch wieder. Ja. Weil das auch noch nicht so erfasst war, was braucht welcher Mitarbeiter. Braucht der Kader-Mitarbeiter bloß Fragen des Mitarbeiters oder muss er auch wissen, das Fach, wo er ihn einsetzen will und so weiter. Das hatten wir alles vorher noch nicht so. Aber jetzt die Rückwirkung auf Ihre Praxis, haben Sie danach Ihre Kurse eingerichtet nach diesen, sagen wir, Ergebnissen der Fragebögen? Ja, wir haben zumindest die, die wir dort durchführten, stärker darauf ausgerichtet. Wir haben nicht neue Bücher geschrieben gleich oder das ging auch nicht. Aber immerhin, es war ja dieses, das Ergebnis der dritten Hochschulreform, dass also die Universität kooperiert mit den großen Betrieben in der Region. Aber noch einmal zurück, wie kommen Sie jetzt zur Qualifikation, wie kommen Sie zur Professorin? Ja, ich habe dann auch eine HB-Schrift geschrieben von meinem Kollegen über die russischen Ergebnisse und ich über die englischsprachigen. Also den Bedarf an Englischunterricht oder englische Ausbildung, besser gesagt. Und ja, das war die HB-Schrift, neben anderen Veröffentlichungen, wo ich auch ins Ausland reisen durfte konnte und Vorträge halten konnte. Ja, das war dann 1975. Ach, für das Lehrbuch übrigens, für den Hafen, sind die beiden Kollektive oder Teams, sagt man ja heute, englisch und russisch, die die Bücher geschrieben haben, vom Minister für das Bildungswesenhof und Fachschule mit einer Medaille, mit der Humboldt-Medaille in Silber ausgezeichnet worden. Sehr schön. Aber neben der Auszeichnung gab es noch andere Konsequenzen an der Universität. Sie unterrichteten ja anfangs am Institut für Fremdsprachenunterricht, glaube ich, hieß es. Und wie ändert sich der Name und wie ändert sich jetzt auch, sagen wir, diese Institution innerhalb der Universität? Also nach der dritten Hochschulreform gab es dann ja Sektionen und Institute. Sie waren immer noch ein Institut. Ja, es gab Universitäten, die erfolgreicher waren, die schon Sektionen waren. Leipzig, Halle, die hatten auch einen größeren Mitarbeiterstamm und auch einen qualifizierteren als wir. Aber man drängt uns sowohl wahrscheinlich vom Ministerium als auch von der Uni selbst, es den anderen gleich zu tun, Leute zu qualifizieren und wenn dann ein Potenzial vorhanden ist, eine Sektion zu gründen. Das haben bei uns wirklich auch sehr viele, auch in anderen Sprachen, Spanisch und so weiter, sich promoviert. Also diese Sektionen. Aber mit denen, ja, war es ein bisschen schwieriger. Es war kein Habilitierter da. Nachher waren es wir zwei, ein Russischkollege und ich. Und da hieß es dann, jetzt habt ihr alle Voraussetzungen. Eine Gruppe von Promovierten, zwei Habilitierten, jetzt machen wir aus euch. Eine Sektion für angewandte Sprachwissenschaften. Eine Sektion für angewandte Sprachwissenschaften, das war also ein Aufstieg. Das war wirklich ein Aufstieg. Und wer wurde Direktor? Ja, ich. Na, Sie wurden Direktorin. Ist das nicht fantastisch? Ja, aber ich wäre, glaube ich, lieber Forschung. Dazu mehr Erfolge. Na ja, gut, dann was bedeutet die Sektionsdirektorin auch? Also nicht nur Forschung. Ja, und ich hatte ein gutes Forschungsteam und hatte auch viele Mitarbeiter, die auf ihren Gebieten, in Spanisch zum Beispiel, hat man geforscht, wie kann man unterrichten. Da gab es Sonderkurse, Intensivkurse für Wissenschaftler, die dann ins Ausland geschickt wurden und dort Häfen aufbauten, Fakultäten aufbauten. Da hat man eine neue Methodik, auch angewandt, kein Sprachlabor oder auch Sprachlabor, Hypnopädie und Suggestopädie. Mittels klassischer Musik sollte das Vokabelwissen ins Gehirn leichter über die Hemmschwelle hineingeschickt werden. Und das ist doch auch eine Art Forschung. Leider war das eben alles zu einer Zeit, wo wir nicht mehr dazu kamen, das richtig anzuwenden, auszuprobieren. Es war in den 80er, 85er, 88er Jahren. Wenn man es überblickt, waren Sie sehr erfolgreich. Soweit ich es übersehe, war das ja auch international, sagen wir, hohes Niveau. Und das, was vielleicht uns wundert oder auch enttäuscht, wie ist die Hochschulerneuerung, die ja nun 1990 einsetzte, mit diesem doch, sagen wir methodisch, sehr fortschrittlichen Gebiet umgegangen? Was ist aus Ihrer Sektion geworden? Ja, die Erneuerung, das Wort würde ich lieber nicht in den Mund nehmen, denn es gab es dort in der westlichen Bundesrepublik nicht, wer auf dem Gebiet arbeiten musste, ich glaube, es wollte und viele wollten. Ich glaube, ich habe das schon gesagt, die gründeten Gesellschaften, Gesellschaft für angewandte Sprachwissenschaften oder Gesellschaft für Linguistik. An den Universitäten gab es das nicht und was es nicht gab, wurde nicht übernommen und wurde nicht erneuert. Das heißt, wir waren über Nacht, 100 Mitarbeiter waren wir am Ende, als noch die spanischen und portugiesischen Lektoren dazukamen mit Personal im Haus. Zehn wurden übernommen, wieder in ein Sprachunterrichtsinstitut, keine wissenschaftliche Einrichtung, aber sie hatten wenigstens eine Arbeit und alle anderen haben es versucht, irgendwie. Aber wie gesagt, es war kein Bedarf an sowas, man wusste gar nicht, was man damit anfangen sollte. Wir mögen das bedauern, dass also ein, sagen wir, methodisch und auch wissenschaftlich fortschrittliches Gebiet auf diese Art und Weise beendet wurde, im Grunde durch einen Rückschritt. Und das führt uns vielleicht auf die letzte Frage, nämlich, was wünschen Sie der Universität Rostock zu Ihrem Jubiläum, zu Ihrem 600-jährigen Jubiläum, das wir demnächst feiern wollen? Was ist Ihr Wunsch an die Universität jetzt aufgrund Ihrer beruflichen Erfolge und auch Ihrer beruflichen Erfahrungen? Erfahrungen, ja. Ich wünsche ihr erstens Professoren, die es verstehen, in ihren traditionellen, sag ich mal, Fächern Seiten zu entdecken, die neu sind, die noch nicht bedacht wurden. Oder, wie wir damals hatten, sich mit einem anderen Fach zu verbinden, wie wir mit der Linguistik und Informatik oder Medizin und Technik, dass es neue Kombinationen mit neuen Ergebnissen gibt. Zweitens wünsche ich Ihnen Studenten, die diese Fächer so attraktiv finden, dass sie in Scharen nach Hause kommen. Und drittens wünsche ich, dass diese beiden Gruppen, Professoren, Studenten und alle anderen Mitarbeiter der Universität, sie dadurch weiterhin zur Leuchte des Nordens machen. Und in diesem Sinne können wir uns voneinander verabschieden. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Untertitelung des ZDF, 2020